Die Saison 98, 99 ist vorbei, die Tränen sind einigermaßen getrocknet und Borussia mit ein glattbares Abbruchstieg. Viele haben es befürchtet, manche haben es geahnt, der Akustik-Gitarren-Bonus-Track von Butterlife rollt unaufhaltsam an und diesmal geht es um Kalle Del Haie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wer ist Kalle Del Haie und was soll diese kryptische Scheiße? Kalle Del Haie war der kleine blonde Flügelflitzer von Borussia Mönchengladbach Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja, was soll ich sagen, Leute? Er war der Held meiner Jugend. Borussia Mönchengladbach war sowieso damals eine Mannschaft, von der man nur Fan sein konnte und inmitten dieser unglaublichen Mannschaft. Kalle Del Haie, Stammplatzgarantie, fürstliches Gehalt. Die Fans haben den Boden geküsst, auf den er gegangen ist und dann kam es, dann kam es das Angebot von Bayern München. Tja, und dann musste er sich entscheiden und er ging zu Bayern München und danach hat er nie mehr ein Fußball-Bundesligaspiel gemacht. Naja, fast kein Bundesligaspiel mehr gemacht. Auf jeden Fall, das ist seine Geschichte. Und Frank macht uns jetzt mal ein bisschen Fußballatmosphäre. Okay, danke, Land. Ich weiß, was Sie jetzt denken und wahrscheinlich habt Ihr recht. Was soll denn immer hier diese ganze Fußballkacke? Aber es geht ja eigentlich gar nicht um Fußball. Es geht auch nicht um Kalle Del Haie. Es geht um, das sind alles nur beknackte Analogien. Es geht nur um drastische Fehlentscheidungen in unserem Leben und ich habe auch gar nicht was gegen Bayern München. Ach doch, ich habe wohl was gegen Bayern München, aber nicht wirklich. Das geht so. Du sprachst halt wirklich oft davon. Kein Ort war für dich weit genug weg. Entweder Auckland, San Francisco oder Sydney. Immer der Duft der großen, weiten Welt. Wir fragten uns immer, was sich denn da hier noch hält. Es ist überall besser als das, was uns umgab, umgibt oder umgeben wird. Keine Frage, dass ich dir sofort tausend Mark leihe. Es ist sicher, dass ich das als Eitelkei verzeihe. Doch erinnerst du dich? Erinnert sich jemand noch heute an Kalle Del Haie? Der wollte auch ganz, ganz hoch hinaus. Nationalelf war ihm fast schon sicher. Glänzende Karriere, beste Aussicht. Wenn man sich heute in seinem Größenwahn soll, wenn es morgen alles völlig anders kommt. Oh glaub mir, das kann ganz schön bitter werden. Denn manchmal, da geht ein Stall auf, auch nieder. Und dann findest du dich auf der Ersatzbank wieder. Und dann auf der Tribüne von allen Vergessen. Und dann fragt Kalle Del Haie, denn der, der müsste es eigentlich wissen. Keine Angst, ich will dir gar nicht deine Träume nehmen, nur sicher. Es wird ein tolles Leben mit deinen kosmopolitischen Freunden auf den Flughäfen dieser Welt. Kein Plädoyer für das bescheidene Glück. Kein Träumen zertrümmern Stück für Stück. Ist eh nur eine Frage von Pech und Glück. Nur manchmal gibt es kein Zurück. Kein Träumen. Kein Träumen. Kein Träumen. Kein Träumen.